Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dark Souls Remastered. Heute mal nicht allein, die Cat ist wieder dabei. Ich hab mich einfach eingeschleust. Ja, ganz einfach, klamm und heimlich. Und wie versprochen sind wir auch gleich bei der Hydra. Aber erstmal haben wir hier ein paar... Lushi-Gegner. Hä? Wenn die mal kommen würden. Erscheinen. Weil das dahinten hat doch mehrere Köpfe oder bin ich blöd? Ja, sieht so aus. Aber zum Hydra ist noch normalerweise die Köpfe immer nach. Und wenn dann noch mehr. Ja, oder ist das eine einfache Seeschlange? Hi, auf dich hab ich gewartet. Oh, haha. Sagst du mir nix, das war wohl nix. Du bist gesplittert. Komm, ich spiel doch mal viel auf. So. Der nächste bitte. Also ich kann mir vorstellen, wäre ich hier am Anfang hingegangen. Okay, wären sie wohl krass gewesen, aber so. Oh, fuck. Äh. Alter, 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 alter. Okay, die Hydra macht die auch kalt. Äh. Alter. Ich muss erst mal in die Rang kommen. Ausreden, ausreden. Ran, komm, ran, komm. Ausreden, ausreden. Ist man hinter dem Bäum safe? Ja, ich. Nein. Da schon. Weee. Verballer jetzt schon meine ganze Flakons. Oh, haha. Ey, wird das nicht wirklich mal Splash Damage. Und ich schon wieder. Halt. Oh, du Scheiße. Scheiße. Ey, mach dir auch mal was anderes. Ich sehe, ich sehe das nicht. Du sagst ja. Äh, okay. Erne schnappen. Attacke. Was hab ich hier? Oh, eine Rüstung. Aua. Habe ich einen Kopf erwischt? Nein. Okay, hier fängt sie nicht. Hey, hier. Habe ich ihn? Ja. Ja. Nicht treten. Du solltest doch nicht treten, du Scheißritter. Ich darf sie nicht fokussen. Okay. Hey, wieso? Respektive Wasser wird man da marschig. Okay. Wie viele hast du noch? Drei. Ne, vier. Ich schlage immer wieder auf die gleiche Seite zu. Nein! Ich komme jetzt zurück. Ey, ich habe doch... Ey, willst du mich verarschen? So waren es nur noch zwei. Drei. Scheiße. Will ich wissen, was passiert, wenn du, äh, den Viechern, den Kopf, alle abgesimmelt hast? Ich habe eher Sorge... Ah, okay. Ich habe eher Sorge, dass die, äh, nachwachsen. Ey, ich habe doch gehauen. Verdammte Scheiße. Ja, das hat er nichts gemacht, ne? Ne, weiß Gott nichts. Jetzt greif an. Äh, willst du mich... Ich habe das Gefühl, mein Schwert backt da durch. Oh mein Gott. Hä? Willst du... Der backt tatsächlich da drin. Ich sehe nichts. Nur Staub. Jetzt will ich aber ein bisschen... Für einer... Ey! Ey! Was ist denn da? Ey! Ey, das ist... Was soll der Käse? Was soll der Käse? Ich habe da erst mal die anderen beiden. Danke. Bitte. Ach, das war der okay. Nein, nein, nein. Hä? Der war ja da hinten dran. Wo? Warte. Oh, da. So, jetzt ist es nur noch einer. Der backt auch da durch die Wand. Ähm, ich kriege ihn nicht. Warte, warte. Erschotze, wie bitte. Da kommt, der hängt in der Wand. Hallo. Ja, der hängt echt in der Wand. Mal gucken, ob ich den überhaupt kriege. Ohne, wenn ich hier in den Schuh stehe. Du kannst ihn ja auch nach vorne irgendwie abschneiden. Ich trau mich nicht, weil ich... Ey! Okay, aber wenn ich hier bin, dann geht er nicht in die Wand. Äh, was soll ich spüren? Da kannst du jetzt auch vergessen. Ja. Gegen einen Kopf mache ich mir keine Sorgen. Aber ich finde das interessant, dass er in der Wand steckt. Äh, jetzt steckt er wieder in der Wand. Kann ich mich hier benutzt, die ich auch mal heilen. Ja, ich kann hauen wie ein Blöden. Ich will, dass er hier rüberkommt. Das will ich. Wow. Ey. Ey, warte mal, ist jetzt außerhalb von dem Ding. Ja, aber ich hab doch... Siehste, ich treff den. Du bist wieder zu nahe gewesen. Versteh das nicht. Ich versteh das beim besten Willen nicht. Das ist doch ein Bug. Kann man sagen, ich will es. Ah ja, toll. Jetzt kommt er hier hin, weißt du? Jetzt kommt er hier hin. Dann muss er noch weiter rüber gehen. Ey, das nützt mir nichts. Ich treff den hundertmal. Wow. Endlich. Kopf ab. Das... Äh, was? Das Kronenring. Drachenstein. Drachenstein. Okay. Was macht denn dieser... Das Kronenring? Ja, schon so. Gewährt zulässige Magie. Aber halbiert TP. Nee, mag ich nicht. So. Und nun? Was ist das hier? Ja, schon. Grüße mich. Ich gehe mal zurück zum Leuchtfeuer. Heil mich. Und lade meine Estus-Flast wieder mal auf. Und wir haben 2.000... Ja, jetzt kann ich wieder glatt machen. Yay. 21.516. Ja, kann der will. Yay, voll ein Sprung. Und ich hoffe mal, die Hydra bleibt tot. Aber das war echt... mühselig. Musst du nicht den Weg runter? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Weg hoch oder runter war. Weil du war natürlich runter gewesen zu dir ein Lauerfeuer. Ja. Runter. Ich weiß, dass wir hier den schwarzen Ritter hatten und das Graswappenschild. Ja, und da hinten war eine kleine Höhle mit dem Lagerfeuer. Ah, hier. Dann habe ich doch. Haben wir uns ja wieder viel Weg gespart. So. Aufsteigen. Vitalität. Weil jetzt haben wir stärker auf 33. Ja, wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen Vitalitätskillen. 3.389 haben wir noch. Oh, wieder liegt Klitschko. Ja, nee, so nicht. Ach ja, da hinten... Ach ja, da hinten war der Fahrstuhl, ne? Zum Drachental. Ich glaube, da gebe ich mich irgendwann später mal hin. Ey, ich will hoch. So. Was passiert, wenn man den Weg noch weiter runter geht? Hm? Was passiert, wenn man den Weg noch weiter runter geht? Ich will es nicht wissen, weil der unsicht nicht. Sagte er und sagte vorher noch, er sei so neugierig. Ja, was sehe ich da? Null. Wenn ich was sehen würde, würde es mich interessieren, aber da sehe ich gerade null. Wenn da noch was sein sollte, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Nein, ich bin ja auch schon dankbar für den Tipp mit den, äh, mit Quelax, äh, Seele und den Falchion. Ah, jetzt hab ich, ihr habt hier keine Hydra mehr, ne? Jetzt rennt sie auch weg. Hey, rennt doch nicht weg. Ich will doch nur spielen. It's me, Dragon. Ups. Dein Aufwärtsschwinger war aber mal voll für den Arsch. Nope. Komm, 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 komm zum Spielen. Aber die können doch springen. Interessant. Deswegen bin ich zu lange marschig. Ich hab den zweifelten, ich hab den einhändig. Dann gucken wir uns hier einfach nur mal ein bisschen um. Hier muss ja irgendwas sein. Kannst du schwimmen? Nein. Wir sind hier nicht bei Vuvic. Interessant finde ich das schon. Zelda leert einen hinter jedem, Wasserfall ist irgendwas. Ich versuche noch Club. Ich war bei Tomb Raid und ich glaube bei Lerberkopf damals genauso. Und ich würde dem Spiel dazutrauen. Ach guck mal an. Was muss das für ein Schleim von Rutsch jetzt sein? Vor allen Dingen muss ja jemand viel Zeit gehabt haben, hier die Leiter zu bauen. Holz oder Metall? Sieht noch Holz aus. Ich finde erst mal so ein Ast, der die Länge hat. Muss nicht mal. Dann muss noch so mehrere Sachen zusammengesetzt werden. So. Ich schraubte, wenn du jetzt deine Sachen zeigen willst. Nein. Schade. Schöne Aussicht. Dann geht's über die Hydra. Ja und ich glaube die Hydra, die bleibt auch rot. Boah. Ich dachte, ich falle jetzt rein. Ich glaube dann wäre es das gewesen. Seele, Ritter. Seele, Ritter. Nice. Und noch eine Leiter. Wo komme ich da aus? Wenn man so einen Kinderwurzgarten hat oder ein kleiner Junge? Okay. Finsterwurzgarten. Okay. Hier geht's einmal lang. Äh. Kamera. Und da geht's einmal lang. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang gehen sollen. Ich geh erstmal über die Brücke. Mach mir weh. Angst, dass hier überhaupt nichts ist. Oh. Oh. Was zum Teufel. Eine Riesenratte. Oh. Oh. Alter. Vergiss es. Nö. 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 Ich bin noch nicht hingekommen, um mich von der Ratte fisten zu lassen. Oh nein. Hier oder? Was war das? Alter. Der Räumung von der ist ja assi. Ich renne erstmal. Und dann kommt der von hinten. Hö. Von hinten. Ja. Da hab ich doch gar gedacht. Okay. Große Seele. Ehrenwerter Ritter. Schön. Ah. Hinterher kommt sie nicht. Hinterher kommt sie nicht. Boah. Es ist echt. Die Viecher sind relativ im Tarnenmodus. Ich würde gerne wissen, wo ich hier bin. Ah. Und ich hab noch. Ah. Und ich hab noch. Und ich hab noch sieben Flakons. Scheiß. Die waren daneben. Nicht, dass sie darunter glitschen. Hä? Ah. 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 Und Schnau sich. hm? Ja. Schöner Wald. Den sich 2.50 bewegen. Sind das geister? Es sind mehrere sagst. Keine Ahnung was das ist. Ich will's nicht feststellen. Ich versuch jetzt mal hier durchzukommen ohne einen zu trickern. Das sieht doch interessant aus. Aber die Bücher müssen eigentlich halt nicht selbst versehen. Wow. Oh, da geht's nicht weiter hin. Frieden? Mit wem? ÖH! Die Grinzelkörtchen! Hm. Tis but a fairytäe. Abonniert. Go not yonder knocking for nothing, I say. The result most heathenish and gross. Then there is nothing more to say about this tedious reckoning. Begun from here, you pernicious cater. Kann ich's nochmal versuchen. Weikling? Ich hab's auch nicht ganz verstanden, aber ich weiß es ja nicht ganz, wo ich hier bin. Das ist ja nicht. Sieht noch Mensch aus. Oh. Tausend. Wie schlecht. Da ist auch noch einer. Wie sieht die Wehrung aus wie ein Mün? Da sieht ja aus wie Bruder Tuck. Soja, Bruder Tuck war ein Mün. Das ist doch down. Ich war grad mitten in... 2000. 2000? Nice. Ist hier sonst nix. Ich hab heute nicht so wirklich verstanden, was die Grinsekatz hier von uns wollte. Irgendwas mit Asturias Gerab. Ich kann ja nachher eine Aufnahme noch durchlegen. Ich glaube, ich muss mir das Video gleich nochmal angucken. Ist das wein? Da hinten leuchtet was. Oh nein. Nicht wein. Gy breve. Hey, Moist Qualopp. Was liebste... Welch wie bot... Was liebst du? Ch söyleyebste... zu haben. Der verträgt hinter dir jetzt abkommt. Ja, aber der verträgt aber... Der verträgt total viel. Der hat einen Paum und einen Schlag ausgehalten. Nicht schlecht. Na gut, meine Freunde. Ich würde mal sagen, ich hole meine Sächen wieder und dann sehen wir uns demnächst hier wieder. Bis dann. Tschö.